Willkommen zu Tag 2. Der Momo fängt jetzt gleich an, einen Talk zum Thema Monitoring zu machen. Nicht unbedingt die technische Seite, sondern auch warum, wie und den Rest erklärt er euch am besten jetzt selber. Viel Spaß. Hallo, schön, dass ihr es heute Morgen alle hergeschafft habt. 12.15 Uhr ist natürlich spannend für einen Talk, aber danke, dass trotzdem so viele wach sind. Ich möchte euch heute so ein bisschen die Ergebnisse von den letzten anderthalb Jahren, denen ich mich mit Monitoring beschäftigt habe, nicht zwingend nur die technische Seite, sondern ganz wichtig auch eben die ganzen Prozesse drumherum usw. näher bringen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Momo. Ich bin heute auch ausnahmsweise mal ohne Mark dabei. Der ist irgendwie zu Hause und krank und hat Hexenschuss. Sagt ihm auf Twitter liebe Grüße, wenn ihr ihn kennt. Kurz zu mir. Ich leite bei einer Firma namens Data Center One die Netzwerkabteilung. Mein Team und ich betreuen so über 1000 Router und Switching, 20 Pops in Deutschland, 4 Rechenzentren und wir haben teilweise echt anspruchsvolle Kunden, Banken, Versicherungen usw. Dementsprechend ist natürlich bei unserem Monitoring und auch insbesondere der ganze Incident-Response-Prozess extrem wichtig. Die wichtigste Frage natürlich, auch wenn ich versprochen habe, wir machen es nicht zu technisch, ist, welche Software setzen wir ein und welche brauchen wir für ein gutes Monitoring? Die Antwort könnte einfach eigentlich gar nicht sein. Die Lösung ist Prometheus oder irgendwas anderes. Es ist vollkommen egal, welche Software einsetzt, solange die auf euren Use-Case passt. Es gibt so ein paar Dinge, die die Software allerdings können müsste. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass die Software redundant läuft. Wenn ihr kein redundantes Monitoring habt, dann könnt ihr auch einfach gleich kein Monitoring haben, weil wenn es wegfällt, ist es auch egal. Wichtig ist auch, wenn ihr euch die Software aussucht, versteht, wie die Software funktioniert. Wie sie Daten sammelt, wie das Clustering da funktioniert und so weiter. Und zwar wie sie intern funktioniert und nicht einfach nur, wie man Up, Get, Install, Isinga macht und gut ist. Das bringt euch am Ende vom Tag nicht weit. Was auch häufig sehr verlockend ist, dass so eine Software sich unglaublich toll konfigurieren lassen kann und ihr könnt unglaublich viele Abhängigkeiten damit schaffen. Es ist natürlich toll, wenn euer Monitoring gegen euer LDAP synchronisiert und ihr euch authentifizieren könnt mit dem Benutzernamen, den ihr im ganzen Unternehmen habt. Aber wenn euer LDAP-Server weggekackt ist, dann habt ihr kein Monitoring mehr. Also denkt einfach darüber nach, wenn ihr irgendwelche Abhängigkeiten zu dritten Systemen einbaut, wie ihr sie umgehen könnt, ob ihr trotzdem noch in das System kommt, wenn zum Beispiel euer LDAP weg ist. Und insbesondere wichtig, gerade wenn ihr sowas wie Kunden habt, achtet darauf, wie eure Software die Daten speichert. Ich habe euch hier mal ein Beispiel mitgebracht von einer Software namens AS-Stats. Die zeigt jetzt hier Traffic von unserem Unternehmen zu irgendeinem AS an. Das ist auch erstmal egal, was es ist. Wir sehen hier einen Ausschnitt von 24 Stunden und im Peak sehen wir hier auf dem Graph Traffic von 1,1 Gigabit. Jetzt ist natürlich wichtig, nicht nur wie die Daten da drin sind, das sind jetzt hier irgendwie 5-Minuten-Averages, die werden irgendwie von NetFlow gepollt, sondern auch wie die Daten darin altern. Schauen wir uns eine Woche an, sind die gleichen Daten, verlieren wir auf einmal unsere Peaks. Das hilft euch im Zweifel in einem Jahr, wenn ihr irgendwie nochmal in eurem Monitoring schauen wollt, Capacity Planning machen wollt, keine Ahnung, wie viel Bums hatte ich denn unter Last und eure Peaks gehen verloren, dann bringen euch diese 600 Megabit Auslastung hier mal gar nichts. Und insbesondere auch, gerade wenn ihr Kunden habt, SLA-Reports generieren müsst, schaut, wie die Daten altern. Wenn ihr ein Jahr lang SLA-Reports generieren müsst, aber eure Software irgendwie anfängt, nach, keine Ahnung, 6 Monaten die Daten wegzuschmeißen, dann habt ihr echt ein Problem. Ihr dankt euch, dass ihr in der Zukunft findet, es am Anfang gleich richtig macht. Wichtig ist natürlich auch, was wir eigentlich alles überwachen wollen. Die Frage ist klar, wir wollen alles überwachen. Aber was heißt alles? Wir hatten das bei uns im Unternehmen in dem Fall, dass wir vor drei oder vier Jahren mal einen Konsistenz-Check gemacht haben und gemerkt haben, dass wir ein Drittel unserer Systeme nicht überwachen. Warum? Weil man sich von Hand im Monitoring anlegen musste. Es war ein extrem manueller Workflow. Wir hatten eine CMDB, wo du es dokumentieren musstest. Dann musst du an zwei anderen Stellen noch die WLANs dokumentieren. Du musst es im Monitoring anlegen, im Backup anlegen und so weiter. Und die Aussage gilt jetzt nicht nur für das Monitoring, sondern eigentlich für alle anderen Systeme bei euch im Unternehmen. Es gibt eine Quelle der Wahrheit, wo so ein System liegt. Und alles andere erbt davon, irgendwie durch ein Stückchen Glue-Code, keine Ahnung, ihr pollt die API von eurer CMDB, vielleicht habt ihr eine Netbox oder sowas. Legt nichts von Hand darin an. Wenn ihr das macht, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, drei Datenbanken habt, in denen ihr die Geräte abbildet, habt ihr am Ende vom Tag vier Zustände. Und es hilft keinem weiter. Wenn ich sage, dass wir alles überwachen wollen, dann meine ich auch wirklich alles. Und zwar nicht nur alle Geräte, nicht nur jeder Monitoring-Server, die Redundanz davon, sondern monitort auch, dass euer Monitoring funktioniert. Wie geht es zum Beispiel, indem ihr eine dritte Software aufsetzt oder im Zweifel nur eine Node aus der gleichen Software, der aber nicht in diesem Cluster lebt. Oder ihr macht sowas wie ein Heartbeat. Wir nutzen OpsGenie. Das ist im Endeffekt bei uns der Use-Case. Unser Monitoring schickt jede Minute einen Alarm und das OpsGenie meckert irgendwie, wenn es den Alarm für zehn Minuten nicht mehr bekommen hat. Nur so könnt ihr sicherstellen, dass euer gesamter Workflow auch noch funktioniert. Was auch sehr praktisch, wenn auch manchmal irgendwie nervig ist, ist es, einen täglichen Call-Out-Test zu haben. Funktioniert wirklich mein Alerting ganz durch. Das geht euch manchmal richtig auf den Sack, vor allem, wenn ihr gerade irgendwie sonntags zu Hause sitzt, gerade mit der Freundin irgendwie fernschaut und um 15 Uhr kommt dieser blöde Page, ihr seid rausgerissen, musstet nur kurz auf Acknowledge drücken, aber trotzdem gibt es euch die Sicherheit zu wissen, dass euer Monitoring funktioniert. Welche Werte brauchen wir in unserem Monitoring? Das Standard-Monitoring ist irgendwie Blackbox. Unser System, das wir überwachen, ist für uns eine Blackbox. Wir pingen das mal oder machen einen HTTP-Get dagegen oder connecten PSNMP oder was auch immer. Das ist schon mal ein guter Start. Aber was, wenn wir zum Beispiel einen Web-Server haben mit, keine Ahnung, irgendeinem lustigen Backend hinten dran und ein Backend-Node spielt verrückt von 5. Jetzt können wir Glück haben, unser erster HTTP-Get wird sofort auf den Backend-Node zugewiesen, der Probleme macht. Wir kriegen einen 500er, Monitoring sagt, oh, da ist was nicht in Ordnung, ich rufe an. Aber in 4 von 5 Fällen habt ihr in Anführungszeichen Pech und euer Monitoring kriegt gar nicht mit, dass irgendwas im Backend schiefläuft. Deswegen ist es ganz klar, wir brauchen Whitebox-Monitoring. Wir müssen in unser Gerät reinschauen, in unsere Software und zum Beispiel unseren Web-Server fragen, hey, wie viele HTTP-500 hast du in den letzten x Minuten seit dem letzten Scrape oder was auch immer ausgeliefert. Und wir alarmieren dann eben auf den Anstieg von HTTP-500. Wichtig ist auch, wenn wir Metriken überwachen, wie zum Beispiel die HTTP-500-Rate, dass wir nicht nur die Metrik selber überwachen, sondern auch die Abwesenheit davon. Es bringt uns nichts, wenn wir Alarme haben für alles mögliche, Temperatur zu hoch, Festplatte voll und sonst irgendwas, weil wir die Alarme gar nicht erreichen können, weil wir die Metrik nicht haben. Alarme. Wie schreiben wir einen Alarm? Oder was ist ein guter Alarm? In den nächsten Slides habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht. Das ist jetzt alles so Pseudocode, den ich mir ausgedacht habe. Fühlt sich vielleicht ganz leicht an wie Prometheus, ist aber vollkommen egal, der Sinn dahinter zählt. Wir machen das jetzt mal am Beispiel, eine Festplatte ist voll. Erster Alarm. Discree ist gleich null. Wer von euch findet, dass das ein guter Alarm ist? Okay, keiner, sehr schön. Warum ist das kein guter Alarm? Ganz klar, wenn das passiert, dann haben wir ein Problem und die Platte ist voll. Nächstes Beispiel. Wir bauen uns einen relativen Schwellwert. Wir haben irgendwie die benutzte Platte, die gesamt verfügbare Platte und haben 99% Verfügbarkeit. Mal schauen, Fans, wer hat solche Alarme irgendwelche relativen Schwellwerte, gegen die man fährt? Okay, es sind schon mal, keine Ahnung, so ein Viertel ungefähr der Leute hier im Raum. Ist das ein guter Alarm? Kommt drauf an. Aber machen wir es mal am Beispiel der Festplatte. 500 Gig Platte, 1%, 500 Megabyte frei, wäre ich zufrieden, wenn ich damit nachts um 3 wachgeklingelt werde. Aber wenn ich eine 10 Tera Platte habe, sind auch 10 Gig frei. Muss ich dafür nachts um 3 aufstehen? Nein. Anderes Beispiel, absoluter Schwellwert. Wir haben nur noch einen Gigabyte frei. Würde jetzt in dem Case helfen. Wer hat solche Alarme? Okay, ungefähr gleich viele. Ist auch ein netter Alarm, aber ein Byte zu viel. Der Syslog, der nachts um 3 herkommt und sagt, jo, ich mache jetzt Garbage Collection, hat absolut keinen Mehrwert. Aber hat es jetzt geschafft, dieses eine Byte zu viel schreiben, dass euer Schwellwert euch rausklingelt. Keine Frage, wir müssen uns um den Alarm kümmern, aber wir müssen uns nicht nachts um 3 um diesen Alarm kümmern. Machen wir mal ein neues Beispiel. Eine lineare Prediction. Wir schauen uns die letzte Stunde an, wie hat sich da mein freier Festplattenplatz verhalten. Und wir überlegen anhand dieser linearen Vorhersage, habe ich in der Stunde ein Problem? Hat irgendjemand von euch solche Alarme? Ja, so 2, 3 vereinzelte Hände, das sind auch ein bisschen mehr, 5, 6. Okay, in dem Fall jetzt auf jeden Fall ein guter Alarm. Handlungsbedarf ist ganz klar erkennbar. Wenn wir nichts machen, dann haben wir in einer Stunde eine volle Platte. Wir haben auch noch genug Zeit zum Handeln. Es ist nicht irgendwie die Platte schon voll und wir müssen jetzt dringend raus, sondern wir können gemütlich aufwachen, Rechner anmachen, uns anschauen, hey, warum läuft denn da gerade meine Platte voll und das Problem entsprechend behandeln. Bitte geht es aber nicht her und geht zu eurem Monitoring. Er setzt jeden Alarm durch Predict Linear und freut euch, dass das gut ist. Es ist nicht die Wunderwaffe. Das Wichtige an dem Beispiel war nicht, dass wir jetzt sagen, hier, das ist die Technik, die ihr benutzen solltet zum Alarmieren, sondern dass ihr euch Gedanken über eure Alarme macht. Und ganz wichtig auch, wie dringend sie sind. Stellt euch immer die Frage, muss ich jetzt für diesen Alarm nachts um 3 am Sonntag jemand rausklingeln? Und im Zweifel regelmäßig. Wenn ihr das einmal macht, ist das kein Problem mehr. Dann sagt ihr, okay, 10 Teraplatte, mein Gott, ist ein Edge-Case, passiert nicht so oft. Aber wenn ihr irgendwann mal hunderte oder tausende Systeme unter eurem Fittichen habt und es regelmäßig passiert, dann passiert das Schlimmste, was euch passieren kann. Die Kollegen, die in Bereitschaft sind, gucken aufs Handy, sehen, ah, Disc-Full-Alarm, acknowledge, ich drehe mich um, kümmere mich morgen früh drum. In neun von zehn Fällen geht das bestimmt gut. Aber in dem einen Fall wurde jemand alarmiert und hatte einfach keinen Bock, sich um den Alarm zu kümmern, weil er schon total müde von den Alarmen ist, die da reinkommen und überhaupt die Dringlichkeit des Alarms nicht gesehen hat. Deswegen ganz wichtig, jedes Mal, wenn ihr einen Alarm macht, der so eine Severity hat, die nachts um 3 jemand rausklingelt, denkt drüber nach, muss das wirklich sein? Wichtig ist auch, dass wir im Monitoring manchmal Einhörner haben. Die gilt es zu vermeiden. Ja, sehr tragisch. Ein Alarm sollte gleich sein, egal, ob das jetzt die wichtigste Datenbank im Unternehmen ist oder ob das die MySQL von, keine Ahnung, einem Job ist, der einmal im Monat läuft. Das ist vielmehr eine Aufgabe im Engineering, dass alle Systeme sich halbwegs gleich anfühlen. Aber nur so könnt ihr sicherstellen, dass ihr nachts um drei auch wisst, was ihr tun müsst. Aber was muss ich denn eigentlich genau tun? Schauen wir es uns mal am Beispiel von Airlines an. Von Piloten lernen es meistens ganz gut und gerade von Airlines, die Fehlertoleranz ist bei denen relativ gering. Das ist immer scheiße, wenn so ein Flugzeug runterfällt. Deswegen haben die sich da extrem viele Gedanken gemacht. Und meistens, wenn ihr euch irgendeine Frage über einen Umgang mit Monitoring stellt, könnt ihr einfach mal gucken, wie macht das denn so die ganze Airline-Industrie und ihr findet da meistens eine halbwegs zufriedenstellte Antwort oder ihr könnt daraus irgendwas für euch ablehnen. Hier in dem Beispiel haben wir Engines, Severe Fire or Damage or Separation. Ja, scheiße, mein Motor ist runtergefallen. Zugegeben, das passiert jetzt auch nicht regelmäßig, aber selbst dann. Die Dinge, die ich auf jeden Fall machen muss, sind klar niedergeschrieben und ich muss nicht nachdenken. Ich habe keinen Stress in dem Sinne. Ich muss nur eine Checkliste arbeiten und weiß, was ich tun muss. Wir haben das für uns so implementiert, dass niemand im Monitoring einen Alarm anlegen kann und den auf Master pushen, ohne dass dafür ein Runbook existiert. Ein Runbook ist eine Textdatei, in der ihr irgendwie hinschreibt, was das ist. Keine Ahnung, Markdown-Dokument, wie auch immer, wenn es eine PDF sein muss, dann ist es halt eine PDF. Wenn ihr so einen Alarm schreibt und einen Runbook dafür anlegt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr das auch nicht auf Master pusht, sondern dass ihr irgendjemand, am besten dem, der am ganz anderen Ende von eurem System hängt, aber trotzdem mit einer Bereitschaft dieses Runbook hinlegt und sagt, kannst du damit nachts um drei diesen Alarm lösen? Weil ihr seid mit dem System eine Firma. Keine Ahnung, ich weiß, wie ich nachts um drei ein WDM-System wieder debuggen kann. Aber kann es der Kollege auch, der so ein Ding nur alle drei Monate einmal anfasst? Macht euch darüber Gedanken. Was wir auch noch etabliert haben, ist ein regelmäßiges Peer Review. Heißt konkret, bei uns wird einmal die Woche, da läuft ein Cron-Job, jemand kriegt eine Mail und sagt, hallo, du hast diese Woche die Lotterie gewonnen, hast drei Runbooks, schau sie dir an, schau dir die Alarme dazu an und überprüf nochmal, ob du verstehst, was darin passiert, ob du damit nachts um drei den Alarm lösen könntest und ob du dafür nachts um drei wachgeklingelt werden müsst. Ihr müsst es institutionalisieren, damit ihr eben hinkriegt, dass die Leute sich mit dem Monitoring und dem Incident-Response-Prozess dazu ordentlich beschäftigen. Wichtig ist auch, wenn ihr ein Runbook schreibt, dass dieses Runbook auf dem gleichen Server liegt. Wenn ihr eure Runbooks im Wiki habt, dann ist das schön, aber wenn das Wiki weg ist, habt ihr keine Runbooks. Bei uns, wie gesagt, sind Markdown-Dokumente, die liegen auf irgendeinem Web-Server und solange ich den Alarm kriege, ist auch sichergestellt, dass ich an meinen Runbook rankomme und weiß, wie ich den Alarm lösen kann. Gut, Alarme haben wir uns angeschaut. Was beim Monitoring natürlich auch noch wichtig ist, sind hübsche Grafen. Dashboards sind super. Zum einen sehen sie toll aus und machen Manager glücklich, insbesondere, wenn da irgendwie Umsatz dran steht und der Pfeifen dann links unten nach rechts oben geht. Das ist immer geil. Aber sie helfen euch auch auf jeden Fall in der Bereitschaft. Macht in euren Runbooks Links zu Dashboards. Baut die Dashboards natürlich, wenn ihr Zeit habt. Und es ist unglaublich angenehm, damit irgendwelche Daten zu korrelieren. Keine Ahnung, wie verhält sich die Anzahl der User, die auf meine Webseite wollen, zu meiner CPU-Load oder sonst irgendwas. Was auch spannend ist in Dashboards, sind Annotations. Das sind jetzt hier in dem Grafana diese roten Striche. Ich weiß nicht immer, ja doch, sieht man ganz gut, glaube ich. Annotations sind irgendwelche Events, die aus einer magischen Quelle kommen. Hat da gerade jemand auf Prod gepusht? Gibt es irgendeine Logmeldung oder sonst irgendwas? Hilft euch einfach nochmal mit einer kleinen Portion extra Kontext in dem Dashboard. Aber Dashboards sind keine Alarmquelle. Jeder von euch kennt wahrscheinlich das Bild von dem Nock von irgendeinem Super-RZ-Provider oder von einem Carrier, wo zehn Menschen vor 300 Bildschirmen sitzen, alles blinkt und so weiter. Sieht geil aus, keine Frage. Aber wenn eure Alarmierung darauf basiert, dass ein Mensch auf einen Graf schaut und euch sagt, ja, der ist jetzt hier in den Schwellwert gelaufen, da rufe ich mal lieber jemand an, ja, vergesst es. Bezahlt bitte keine teuren Menschen für eine Aufgabe, die ein Computer deutlich besser kann. Dashboards sind zum Analysieren und nicht zum Automatisieren. Äh, zum Analysieren und nicht zum Alarmieren. Das ist natürlich auch noch immer super, ist das Logging. Ein zentrales Logging kann euch im Zweifel den Arsch retten. Wenn das System gerade gecrashed ist, ihr es nicht wieder hochkriegt, aber es vielleicht noch geschafft hat, seine letzten Wehwehchen an den Log-Server zu schicken, könnt ihr nochmal ein bisschen nachschauen und nachvollziehen, wie es zu dem Ausfall kam. Logging ist übrigens nicht ein Ersys-Log, der irgendwie in eine Datei loggt und ihr dann da mit Crep und sonst was nachts um drei rumfummeln müsst und euch die Regex zurechtbiegen, dass ihr an die Werte kommt, die ihr braucht, sondern ihr braucht ein strukturiertes Logging. Welche Software ihr dafür benutzt, ist egal. Ein Grafana, Loki, Logstash, Greylog, was auch immer. Aber Hauptsache, ihr könnt das Logging schon mal in Ruhe ordentlich mit Regex betanken, dass ihr einfach in Zukunft nur noch Filter klicken müsst und nachts um drei so schnell wie möglich an alles kommt, was ihr braucht. Wie vorhin schon kurz erwähnt, Annotations im Dashboard sind vielleicht gut, außer das System schreibt irgendwie für alles mögliche Logs. Also wenn ihr jetzt jeden harte Peer-Request als Annotation im Dashboard habt, wird es wahrscheinlich anstrengend, wenn eure Website ordentlich laut hat. So, jetzt haben wir alles. Wir haben Alarme, wir haben Dashboards und wir haben Logging. Schon mal schön. Was machen wir, wenn es zum Incident kommt? Regel Nummer eins, natürlich, sorry für das helle Bild, don't panic. Ihr habt, ihr weiß, nachts um drei, wenn man gerade anfängt mit der Bereitschaft, ist das immer spannend. Man ist aufgeregt, irgendwas ist gerade kaputt gegangen, ich muss mich darum kümmern. Aber es ist wichtig, erst mal einen Schritt zurück zu machen. Nachdenken, bevor man handelt. Nicht einfach kurz, gerade bei uns im RZ-Umfeld, irgendwie ganz schnell eine Sicherung wieder reindrücken und sonst, es hat meistens einen Grund, dass es dahin geführt hat. Überlegt euch gut, was ihr tut. Kommuniziert. Und zwar intern mit allen möglichen Stakeholdern. Keine Ahnung, euer Manager will vielleicht wissen, was da los ist. Die anderen Teams, die auf die Applikation abhängen wollen, wissen, was da los ist. Aber kommuniziert auch extern. Gerade wir als Data Center Betreiber sind Infrastrukturanbieter. Wenn unser Scheiß nicht funktioniert, heißt es meistens, dass alles darüber auch nicht funktioniert. Und eure Kunden werden es euch danken, wenn ihr regelmäßig nach extern kommuniziert. Das entspannt euch im Zweifel nicht nur intern, sondern es löst euch auch unglaublich die Probleme, dass Kunden die ganze Zeit anrufen. Wenn ihr einfach sagt, hey, ich schicke jetzt ein Update, keine Ahnung, wir sind an dem Inzident dran und in einer Stunde kriegst du das nächste Update, dann weiß der Kunde schon, okay, ich muss da jetzt nicht anrufen, die kümmern sich. Wenn die ganze Zeit bei eurem Service das Telefon klingelt oder noch viel schlimmer bei euch oder eurem Manager, könnt ihr euch nicht drum kümmern. Dokumentiert alles in so einem Inzident. Schreibt es irgendwie in den Chat, in ein geschertes Textprotokoll oder sonst irgendwas, was ihr macht. Gerade wenn sowas länger geht, werdet ihr euch das danken. Wenn zum Beispiel nachts um drei ihr merkt, okay, Mist, ich muss eskalieren, ja, ich brauche noch irgendwie Kollegen, ich komme allein nicht weiter. Dann ist es schon mal wichtig, dass alle sehen können, was wurde denn schon gemacht, welche Systeme wurden neu gestartet und so weiter. Und ganz wichtig, arbeitet als Team und nicht als Einzelkämpfer. Es ist wichtig, dass das Ding wieder läuft und nicht, dass ihr zeigen könnt, was ihr für ein toller Engineer ist. Das sind alles gewöhnliche Alarme. Schöne weiße Schwäne, gibt es tausende auf der Welt davon. Und mit den Runbooks kann man unglaublich viel abdecken. Wir wissen eigentlich, was wir machen sollten und der Stress während so einem Inzident sollte gering sein. Wir haben eigentlich nicht wirklich ein Problem, das wir jetzt lösen müssen. Wir müssen nicht viel nachdenken. Es ist eigentlich nur Arbeit. Aber ab und an kommt ein schwarzer Schmarrn. Alle paar hundert Inzidents oder sowas. Ganzes RZ fällt aus. Zwei Megawatt Last sind weg. Ihr habt irgendeinen Doppelfehler und eure Redundanz reicht nicht mehr. Es brennt also wirklich. Darauf könnt ihr euch natürlich vorbereiten, indem ihr Incident Rills macht und so weiter. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die da ganz wichtig sind. Baut euch War Rooms. War Rooms bestehen aus zwei bis drei Räumen. Ein War Room ist ein Besprechungsraum, in den ihr euch zurückziehen könnt und eure Ruhe habt. Nicht, dass da ständig irgendjemand reinlatscht und sagt, hey, ich habe hier noch irgendwie mein Switchport, während da drüben gerade die ganze Bude brennt. Hilft euch das herzlich wenig. Baut einen Telco-Raum, wo Leute reinkommen können. Bei mir bei einem Incident ist es so, dass mein Telefon gefühlt durchgängig klingelt, weil irgendwelche Kunden meine Handynummer haben, weil die Geschäftsleitung meine Handynummer hat und weil jeder, der irgendwie wissen will, was mit diesem Incident los ist, meine Handynummer hat. Baut einen Telco-Raum, kommuniziert den ordentlich, dann könnt ihr Leuten sagen, hey, wenn ihr was dazu wissen wollt, kommt da rein, dann könnt ihr die Kommunikation ordentlich steuern. Und baut euch einen Chat, wo die Techniker miteinander reden können, wo ihr euer Problem debuggen könnt gemeinsam und das irgendwie lösen. IRC ist bestimmt toll, aber vielleicht wäre irgendwas mit einer History cool. Wenn es jetzt ein IRC und ein Bouncer ist, ist es vollkommen in Ordnung, aber schaut, dass ihr eine History habt. Weil wenn ihr erst um drei Uhr zu dem Incident dazugerufen wollt, wie vorhin schon erwähnt, wollt ihr die Dokumentation lesen, was schon gemacht wurde. Aber wir reden hier von einem schwarzen Schwan. Baut davon ein Backup. Eine interne Telco-Bridge ist toll, aber wenn das RZ ausgefallen ist, in der die Telefonanlage steht, habt ihr wieder nichts. Holt euch einen externen Anbieter, keine Ahnung, SIP-Gate oder sonst wer, wird euch schon einen Telco-Raum für wenig Geld im Monat geben. Das ist gut investiertes Geld für dann, wenn es einmal brennt. Und habt auch einen Fallback für den Chat, IRC oder sonst irgendwas. Wenn es brennt, wollt ihr euch nicht darum kümmern müssen, das Ganze erst ans Laufen zu kriegen, die Kommunikation aufzusetzen, bevor ihr überhaupt arbeiten könnt. Ihr wollt das Problem lösen und zwar so schnell und effizient wie möglich. Guckt, dass alle mit diesen ganzen Kommunikationswegen vertraut sind. Keine Ahnung, im Zweifel schenkt jedem Mitarbeiter, der die Rufbereitschaft kriegt, so eine lustige, laminierte Karte, wo drin steht, hier dieser Chatroom, diese Telco-Nummer und so weiter, kommen da rein. Dann habt ihr das einfach auch alles schon mal geregelt und es muss nicht irgendjemand erst im Doku-Wiki schauen, wo es ist, aber auch Scheiße, das Doku-Wiki ist wieder weg. Habt klare Eskalationspfade bei euch im Unternehmen. Nachts um drei, wenn irgendwas schief geht, wird meistens erst mal irgendjemand wachgeklingelt und der versucht es dann irgendwie zu lösen. Jeder im Unternehmen muss sich trauen können, seinen Chef anzurufen und das zu eskalieren und der muss dann im Zweifel entscheiden, wie es weiterkommt. Und im Zweifel muss das bis zur Geschäftsleitung gehen, wenn wirklich so ein Super-GAU passiert wie ein ganzes Rechenzentrums weg. Es darf niemals passieren, dass ihr irgendjemand dafür anschnauzt oder anscheißt, dass er euch nachts um drei geweckt hat, obwohl er mit dem Inzident alleine klargekommen wäre. Er ruft euch nicht an, weil er da irgendwie Langeweile hat, sondern weil er gerade wirklich Panik hat und sagt, er kommt nicht weiter. Definiert in so einem Inzident auch eine Rollenverteidigung. Einer koordiniert den Inzident. Einer ist für die Kommunikation verantwortlich. Einer ist dafür verantwortlich, die Techies zu begeistern. Vom Department of Homeland Security, auch wenn ich die Amis nicht so toll finde, gibt es das Security Incident Command System. Es ist super dokumentiert, da sind einige an Rollen drin. Heißt jetzt nicht, dass ihr die alle eins zu eins übernehmen wollt, aber es ist mal ein guter Anhaltspunkt, was man da alles an Rollen braucht, wie man einen Inzident-Koordinator einsetzt und so weiter. Ich wünsche euch allen, dass so ein Black Swan ganz selten vorkommt. Ja, vielleicht einmal im Jahr oder sonst irgendwas. Aber dadurch, dass das so selten ist, solltet ihr es auch insbesondere üben. Guckt euch, dass ihr vielleicht einmal pro halbes Jahr eine Inzident-Übung macht, wo ihr euch hinsetzt und durchspült, wie das passiert. Irgendjemand ist dann der Dungeon Master und darf entscheiden, so, nachts um drei, du bist jetzt wachgekingelt worden. Was machst du? Okay, ist kaputt das System. Seid da im Zweifel ein Arscher, übt, wie ihr die Fallbacks da durchkriegt. Guckt, dass im Zweifel auch mal die Eskalationspfade durchgespielt werden, dass ihr einfach in so einem Inzident euch auf die Arbeit konzentrieren müsst, die ihr lösen müsst und nicht darauf, irgendwelche Probleme zu lösen, die da jetzt noch zusätzlich dazukommen. Wenn es mal wirklich brennt unsensible Daten in Gefahr sind, Kreditkartendaten oder sowas oder Anlagen gerade bei uns als RZ-Betreiber oder im Zweifel sogar Menschen, traut euch, das System runterzufahren. Es ist schön, dass die Webseite 100% Uptime hatte, aber wenn ihr gerade Kreditkartendaten verliert, ist das scheißegal. Wenn die Webseite mal eine Stunde down ist, während ihr versucht, euren Security-Incident zu lösen, ist es vollkommen egal, ob die Webseite down ist, Hauptsache die Daten sind sicher. Definiert im Vorfeld dafür klare Regeln, wie und wann was runterzufahren ist und lasst die von eurem Management absegen. Äh, absegnen, nicht absegen. Es muss ganz klar definiert sein, wann ich das darf, vielleicht muss da auch erst noch jemand das freigeben, aber es muss jeder in der Lage sein, die Entscheidung zu treffen, irgendwas jetzt runterzufahren, um eine größere Gefahr abzuheben. Gut, hat gebrannt, Incident, wir kommen mal ein bisschen runter, schauen uns an, was wir machen, wenn es gebrannt hat. Fette Props an der Stelle an Rembrandt, die Werke sind gemeinfrei, keine Lizenzkosten, geil. Und ich wollte schon immer mal barocke Kunst in einem Vortrag finden. So, wie haben wir über Anatomie gelernt als Menschen? Haben wir uns irgendwelche Dinge angeschaut, die kaputt gegangen sind und daraus sie analysiert und daraus gelernt. Das waren das leider Menschen. Aber das gleiche hilft eigentlich auch bei Incidents. So, ich mache mal den Kollegen da weg. Postmortems. Postmortems sind die nachtägliche Analyse eines Incidents. Wichtig, wenn ihr sowas macht, ist, seid zu 100% ehrlich zu euch selbst. Es bringt hier nichts zu lügen, sich irgendwie zu schön oder sonst irgendwas. Ihr müsst zu 100% ehrlich in der Geschichte sein. Schreibt in so einen Postmortem, das ist irgendein Textdokument rein, was passiert ist. Root Cause Analyse. Wer irgendwie ITIL macht, verdreht jetzt wahrscheinlich gerade die Augen. Ich meine nicht diesen ITIL Bullshit, ich meine technisch, ehrlich. Leute, was ist passiert? Warum ist es so weit gekommen? Habt eine Timelines von dem Incident. Wann hat wer was gemacht? Wenn ihr davor schon einen Chat hattet und alles ordentlich dokumentiert habt, ist das eigentlich nur Copy and Paste. Wie gesagt, seid ehrlich in diesem Incidentzeug und seid auch im Zweifel mal positiv. Was lief denn gut in dem Incident? Hatten wir unsere Kommunikation im Griff? Haben wir schnell gemerkt, was es ist? Und so weiter. Aber seid auch ehrlich zu euch, wenn es schlecht lief. Wir haben X übersehen, das Monitoring hat Y nicht gemonitort, deswegen haben wir es gar nicht mitgekriegt, wir mussten warten, bis der Kunde uns anruf. Und schreibt doch auf, wo ihr Glück hattet. Keine Ahnung, irgendjemand hat durch Zufall den, was weiß ich, runtergefahren und deswegen ist ein Incident nicht weiter eskaliert. Dokumentiert diese Punkte und ganz wichtig, lernt daraus. Lernen daraus heißt, Action Items in irgendeiner Form definieren. Das kann zum Beispiel ein Ticket in eurem Ticketsystem sein oder ein Bugtracker und so weiter. Legt für jedes Action Item ein Ticket an, kümmert euch darum, dass das abgearbeitet wird und dann sollte es hoffentlich nicht mehr zu diesem Incident kommen. Wenn ihr euch das mal beispielsweise anschauen möchtet, es gibt von Google einen Standard Postmortem Report, den sie gefüllt haben. Einfach Google und Postmortem suchen. Da seht ihr schon mal so ein Textdokument, wie das aussehen kann. Da müsst ihr das Rad auch nicht nochmal neu erfinden. Wichtig in der Geschichte ist auch bei dem 100% ehrlich zu euch sein, seid auch komplett blameless bei der Geschichte. Niemand macht irgendetwas in so einem Incident, weil er irgendwie ein schlechtes Interesse an sowas hatte oder weil er der Meinung war, ich fahre jetzt mal die Maisquell runter, das wollte ich schon immer mal machen. Selbst wenn jemand einen Fehler gemacht hat und es strunzdof war, ist es nicht sein Fehler, sondern es ist euer Fehler, dass ihr nicht hingeschrieben habt in dem Runbook, ey, bloß nicht da anfassen oder im Zweifel, dass er es überhaupt machen durfte. Seid komplett blameless. Wenn ihr das nicht schafft, im ganzen Unternehmen durchzuziehen, ja, irgendein Manager möchte immer irgendwelche Köpferrollen sehen, dann guckt zumindest, dass ihr es in eurem Team hinkriegt und dass dieser Post-Mortem-Report dann im Zweifel nur geschwärzt rausgeht. Richtig bei der Geschichte ist auch kein Post-Mortem ohne Review. Setzt euch hin mit eurem Team nach so einem Incident, wenn das Post-Mortem fertig geschrieben ist und redet darüber. Redet gemeinsam darüber, haben wir alle die gleiche Sicht davon, können wir den so gemeinsam verabschieden, widerspiegelt das alles, was passiert ist. Und redet offen darüber, ja, auch mit anderen Teams, mit Management. Klar, mich als Netzwerker ist es im Zweifel egal, wenn es im Rechenzentrum irgendeine Sicherung geflogen hat. Aber vielleicht kann ich daraus was für mich lernen. Vielleicht lerne ich aus dem kaskadierenden Fehler anderer, wie das im Zweifel auch mich betreffen könnte oder wie ich mich dagegen schützen könnte. Redet darüber, lest Incident Reports. Bei Google ist es zum Beispiel so, dass es regelmäßige Post-Mortem-Reading-Groups gibt. Das heißt jetzt nicht, dass ihr das direkt einführen müsst. Aber kümmert euch einfach mal ab und an darum, so einen Incident-Report nochmal anzuschauen und vielleicht auch nochmal zu überlegen, hey, wie passt das denn auf die Arbeit, die ich jetzt gerade mache? Habe ich da vielleicht gerade wieder das Problem, dass ich, was in dem Action-Item schon angesprochen wurde, gerade wieder genau gleich falsch mache? Ihr könnt unglaublich viel aus euren Fehlern lernen. So ein Post-Mortem hilft übrigens auch unglaublich, wenn ihr eben solche Incident-Tests macht. Wenn ihr mal einen Incident durchspielen wollt, dann habt ihr schon ein komplettes Runbook. Ihr müsst eigentlich nur noch vorlesen, was passiert ist, wer was macht und so weiter und habt die Arbeit nicht zweimal. Und Post-Mortem ist ein internes Dokument. Aber wir haben auch externe Dokumente. Reason for Outage. Eure Kunden wollen wissen, was passiert ist. Zum einen natürlich informiert eure Kunden, wenn der Incident vorbei ist. Sagt, okay, pass auf, wir haben das jetzt gelöst, das Problem ist beseitigt, es passiert jetzt hoffentlich nichts mehr. Und liefert dann irgendwann diesen Reason for Outage zu dem Incident. Nach maximal einer Woche. Lügt niemals eure Kunden an. Ich habe einen Carrier, bei dem haben wir ungefähr 100 Leitungen und die waren in einer Nacht mal alle weg. Dann haben wir einen Monat lang auf diesen Incident Report gewartet und dann kam zurück, ihr erinnert euch vielleicht noch an letztes Jahr, ja, Stromausfall Interaction Fra 5 war das Problem, sorry, Stromausfall im ganzen Rechenzentrum, können wir nichts dafür. Scheiß war, wir waren selber von dem Fra 5 Ausfall betroffen, der war aber zwei Tage bevor die 100 Leitungen weggefallen sind. Wenn das jemand mitkriegt, dass ihr ihn angelogen habt, dann habt ihr ein richtiges Problem, dann habt ihr einen Kunden verloren. und das verzeiht euch niemand. Seid auch offen für Rückfragen von Kunden und beantwortet diese. Ihr müsst da maximal Vertrauen bilden. Wenn da irgendwas kaputt gegangen ist, ist das scheiße. Gerade wenn ihr Infrastrukturanbieter seid, kommt dahinter noch viel mehr Stack von Kunden, der im Endeffekt da auch noch von betroffen ist und ihr müsst da wieder das Vertrauen bilden, sonst habt ihr bald keinen Kunden mehr. Gut, Summary. Ich bin ein wenig zu schnell, aber egal. Vor dem Inzident überlegt euch, ob jeder Alarm so Sinn macht. Hatten wir vorhin schon mal. Will ich dafür nachts um drei wach geklingelt werden, ist immer eine sehr gute Frage. Schreibt Runbooks. Definiert eine Kommunikations- und eine Collaboration-Strategie, also Chatrooms und so weiter. Baut euch Dashboards und Logging und damit kommt ihr weiter. Übt Inzidenz. Üben, üben, üben. Und ganz wichtig, von all dem Zeug da oben, habt einen Backup. Während des Inzidenzs. Don't panic. Schritt zurück machen, nachdenken, was da los ist. Kommuniziert und kollaboriert. Arbeitet gemeinsam, arbeitet als Team, informiert eure Kunden, informiert euch intern. Dokumentiert jeden Schritt, den ihr gemacht habt. Hilft euch, wie gesagt, wenn ihr im Zweifel irgendwelche Leute bei einem langen Inzident mit reinholen wollt. Und nach dem Inzident schreibt die Postmortems und lernt daraus und schreibt ehrliche RFOs an eure Kunden. Wie das ganze Thema interessiert, es hat sich in den letzten Jahren so eine kleine Bewegung darum gebildet, ausgehend von einem Buch von Google, Site Reliability Engineering, How Google Runs Production Systems. Könnt ihr unter dem ersten Link lesen, komplett kostenlos. Ihr könnt es natürlich auch als O'Reilly Buch kaufen. Darin sind viele der Gedanken schon mal beschrieben, auch einiges an technischen Implementierungsdetails, auch so ein bisschen, wie man das, wie Google das wirklich macht. Die haben im Endeffekt DevOps noch mal ein bisschen aufgeräumt. Schaut euch zum Beispiel vom Department of Homeland Security das Incident Management System an oder irgendein anderes. Ja, auch in ITIL steckt ein bisschen Wahrheit. Das heißt ja nicht, dass ihr diesen ganzen riesen Rattenschwanz dahinter implementieren müsst. Aber ein paar Sachen davon sind gut bewertet einfach für euch. Macht das jetzt Sinn für mich oder nicht? Lest Postmortems und lernt aus den Fehlern von anderen. Es gibt eine Veröffentlichung, die heißt SRE Weekly. Da veröffentlichen im Endeffekt einige Leute ihre RFOs und es gibt dieses unglaublich tolle GitHub-Repo. Da könnt ihr lernen, wie GitHub explodiert ist, wie irgendwelche CDNs explodiert sind und so weiter und wie die Leute es gelöst haben. Es gibt auch spannende Geschichten, wie Google es mal geschafft hat, weil sie irgendwo eine Null reingeschrieben haben, alle ihre CDNs zu löschen. Ja, sowas ist scheiße, aber es ist dann spannend zu lesen, wie haben es die Leute geschafft, da wieder rauszukommen. Hatten sie ihre ganzen Prozesse hinten ran im Griff und wie leben sie jetzt wieder? Es gibt noch das Buch Seeking SRE, da erzählen Google, der Firmen wie Google, Netflix und Co. von ihren Herausforderungen und Lösungen mit dem ganzen Thema und wie sie auch technische Sachen implementieren davon. Und wenn ihr mehr die Video-Leute seid, es gibt die SRE-Con, die gibt es einmal in Amerika, einmal Asia-Pacific und einmal Europe, Middle East, Asia. Da gibt es hunderte Stunden an guten Videos, die alle Themen, die ich gerade eben angesprochen habe, nochmal im Detail besprechen. So, das war es auch schon. Hat jemand Fragen? Erstmal danke an Momo und wenn ihr Fragen habt, zeigt auf, ich komme dann mit dem Mikrofon zu euch und dann könnt ihr die Fragen stellen. Ich hätte gern gewusst, wie du zu mehrstufigen Severities stehst bei Alarmen, also so Vorwarnungen oder unterschiedliche Severities für das Gleiche. So Sachen wie Info, so einen Info-Alarm finde ich schwachsinnig. Aber wenn jetzt der erste Threshold geschmissen wurde, dann ist es auf jeden Fall mal was, wo man einen Warning-Alarm, sage ich mal, Leuten schicken kann. Keine Ahnung, so hey, das sieht gerade kritisch aus, das könnte schlimmer werden. Dafür würde ich niemandem wach klingeln, aber wenn ich zum Beispiel sowas wie einen 24-7-Knock habe oder einen Engineer, der eh gerade am Rechner ist, dann würde ich den auf jeden Fall drauf schauen lassen, aber ich würde dafür nicht alarmieren. Du hattest ja vorhin das Beispiel bezüglich flachen Schwellwerten gegenüber Wachstumsschwellwerten. Letzten Endes wirst du ja bei beidem aus zufälligen Grenzwertüberschreitungen rausgeklingelt, dann macht halt irgendein Logging-Demon in der letzten Stunde. Hat man irgendeinen Brute Force gehabt, hat dann geendet, wurde von irgendeinem jetzt in der Blocklist, gleichzeitig wirst du rausgeklingelt. Letzten Endes, aus meiner Sicht, musst du beides immer kombinieren, Schwellwerte und Grenzwerte. Ganz klar, bin ich bei dir. Das Wichtige ist einfach nur, dass wir uns darüber Gedanken machen, was da passiert und das war jetzt ganz klar nur ein theoretisches Beispiel. Du musst es immer auf deine Applikationen beziehen und gucken, ob dieser Alarm für mich in diesem Use Case Sinn macht oder nicht. Moin. Die meisten Monitoring-Systeme bieten ja auch Berichtsfunktionen an, dass man in regelmäßigen Zyklen Informationen über sein System bekommt. Werden die, so in deiner Erfahrung, regelmäßig genutzt oder ungesehen gelöscht? Ja, gute Frage. Ich habe die Pflicht, das zu tun, weil unsere Kunden SLR-Reports fordern und es auch vertraglich zugesichert haben. Dementsprechend, ja klar werden die genutzt. Es hilft auch unglaublich, einfach mal zu wissen, was denn überhaupt los ist. Als wir das angefangen haben, wir haben vier Abteilungen bei uns Unternehmen, die Bereitschaft machen und unser Management wusste gar nicht, wie viele Incidents da die Leute abkriegen. Ich habe dann mal angefangen zu reporten, pass auf, jede Woche einfach in dem Weekly Show Fix mit unserem Management zu erzählen, wie viele Incidents da eigentlich sind und das hilft im Zweifel auch einfach mal zu merken, oh scheiße, die Leute werden fast jede Nacht wachgeklingelt. Vielleicht brauchen wir da mehr Kapazität, vielleicht müssen wir die Leute besser entlohnen und so weiter. Aber ganz klar, so Incident Reports, äh Quatsch, so, nennen wir es mal SLA Reports, sind wichtig. Was mich mal interessieren würde, gibt es irgendwie, also wir stellen gerade ein bisschen Monitoring um, viel in Richtung Prometheus und wir haben halt sehr, sehr viel altes Monitoring und da so tonnenweise an Checks, die mehr oder minder sinnvoll sind. Und man stellt sich dann schon die Frage, wie viel von denen portiere ich denn, wie lange lasse ich das alte System parallel laufen. Gibt es da irgendwie so Guidelines oder auch so Sammelstellen online, wo halt Leute Alerting-Regeln, die im Groben als sinnvoll erachtet werden, mal sammeln? Weil im Endeffekt hat man halt oft viele ähnliche Systeme. Klar, hast du spezielle Sachen, die jetzt nur für dich sind, du hast Anwendung XY, aber jeder hat halt tonnenweise Linux-Server, die jetzt alle ähnliches Monitoring brauchen. Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich hast du mich gerade zu dem Projekt, auf dem ich an der GPN arbeite, gebracht. Ich schreibe gerade ein System eben für Prometheus, wo du pro Exporter Alarme reinschmeißen kannst und die dann hoch und runter worten, eben weil ich auch der Meinung bin, dass wir nicht alle das Rad regelmäßig neu erfinden müssen. Aber meines Wissens gibt es dazu nichts. Vielleicht noch ganz kurz, willst du kurz sagen, wo man das dann vielleicht finden wird oder wie man da mitmachen kann? Folgt mir auf Twitter, ich habe heute das Django-Projekt gestartet, soweit bin ich noch nicht. Ich habe eine Idee. Okay, aber cool. So, weitere Fragen? Ich sehe jetzt keine mehr. Wollen wir uns sich denn noch fragen? Nö, ich sehe auch nichts. Dann danke euch ganz herzlich. Ich ziehe mal noch ganz kurz meinen Netzwerkerhut auf. Im November gibt es in Hamburg, verzeihung, wir sind umgezogen, die DNOG 11 kommt gerne vorbei. und ansonsten danke euch. Applaus Vielen Dank.